Ein Schluck vom guten Mineralwasser. Und jetzt verkaufe ich... ...und zwar alles. So, wunderbar. Drei Laster. Das sollte eigentlich gut gehen. 1,5 Kilometer. Es kommen natürlich Idioten, die mich beschießen, aber das ist kein Problem. Ich bin hier grundsätzlich gut geschützt. Und es ist wirklich eine einfache Mission, gut machbar. Ich muss da einfach dreimal hin und her fahren, aber... So what, who cares? Zurück geht's. Geht ewig lange, bis das Fahrzeug geliefert wird. Aber eben sind nicht mal... Es sind noch nicht drei Minuten vergangen und ich habe schon da ein Drittel abgeliefert. Geht. 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 Okay. Echt flott das Fahrzeug hier an der Terabyte. Einfach schlechte Kurvenlage. Kommt schlecht um die Kurven, aber ich muss ja alles geradeaus. Bis ganz am Schluss. Da muss ich einmal um die Kurve herum. Ich sehe nicht wo ich hin muss. Okay. 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 So und der dritte und letzte Laster. Drei Minuten rund pro Laster brauche ich. Okay. 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 Und der dritte und letzte nochmal passiert. Wir wollen die dritte zu steuern ist. 1,47 Millionen reicher. 1,47 Millionen reicher.